Hey hoi lieben, servus und grüßt euch zu der For Honor Beta. Mein Name ist Sashi und ich wollte gerade hier so meine Samurai anpassen. Ich war gerade, ich stand auf dem Schlauch. Kennt ihr das, wenn man einfach so mitten aus dem Nichts auf einem Schlauch steht? Weil wir haben hier Sachen freigeschalten. Das ging es hier zu legen für 5 Samurai-Material. Nein, Schadensabwehr beim Blocken und Aufbauregeln. Die Narration geht ein bisschen runter. Pardon. Egal, wir legen es an. Anlegen. Dieses Schwert haben wir schon angelegt. Wir könnten es eventuell noch aufrüsten. Aber dazu fehlt uns dieses Material. Also gehen wir hier so raus. Natt. Ich habe noch nie als Plünderer oder als Wächterin gespielt. Äh, nur als Samurai. Vielleicht spiele ich mal einfach so. Wie mal als Viking. Wie mal als Viking. Kann ich das machen? Kann ich das machen, dass ich als Viking spiele? Was habe ich denn jetzt schon ausgewählt? Anscheinend. Wir suchen jetzt einfach mal nach Spielen. Und wenn wir kein Viking sind, dann spielen wir halt als Samurai. Fehler. Ja, fick dich. Ruhig über schnelles Spiel. Das geht immer. Das geht immer. Fick dich. Das geht immer. Schnelles Spiel. Suchen. Spiel gefunden. Beitreten. Geht doch. Vorbereitung. Zack, zack, zack. Hier. Schlag auf Schlag. Jetzt wird er nur 3 gegen 3. Hier kann ich jetzt mal den Viking auswählen. Viking. Das ist eine gute Idee, oder? Nehmen wir den Viking. Oder nicht? Wenn du alles hast. Dem Tod geweiht. Okay. Die Position des Ziels. Okay. Ein Teil deiner Gesundheit regeneriert. 32 Sekunden. Mal schauen, ob ich das schaffe. Oh Gott. Harada Hadrim hat eine Scheißverbindung. Es ist ein cooles Spiel, wenn das Wasser durchschimmert und was hier so durchsichtig ist. Ich mag die moderne Technik vom Greenscreen. Auf jeden Fall weiß ich schon, dass ich auf den Haradrim gehen werde, weil der hat eine schlechte Ping. Haha. Man muss alles ausnutzen, um zu gewinnen. Ich hoffe, ich kann mit dem Viking umgehen, weil sonst habe ich immer so einen schnellen Samurai gehabt. Wisst ihr so? Das wird schon gehen. Das wird schon klappen. Ich habe hier noch mein Samurai-Abzeichen. Und ein Viking und ein Krieger haben also andere Schilder. Schilder. Aber das ist mir egal. Hauptsache hier cool. Coole Gefechte austragen. Das dauert so lange. Schlussfestung. Uh, eine neue Karte, glaube ich. Kartenübersicht. Da waren wir noch nicht. Eventuell doch. Ich weiß es nicht. Kann sein, dass wir in einem der ersten Matches waren, die ich aufgenommen habe. Was ist denn los hier? Das cutte ich raus. Jetzt geht es los. Jetzt, wo ich sage es nicht, ich cutte raus, geht es los. Schön. Und beginnt, droppt einer halt raus. Jetzt nehmen wir nur noch so zwei. Andiose. 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 Das schaffen wir. Gehe zu A. Ich gehe zu A. Macht ihr doch, was ihr wollt. Ich nehme A ein. Zone C verloren. Ich nehme A ein. Zone A eingenommen. Sehr schön. Andiose. Ich kann da gar nicht runterspringen. Schade. Okay. Gehen. Merke dir eins. Oder zwei. Wir sind orange. Zurück. Zurück. Warten, bis die Mobs kommen. Was war das? Was war das? Warum konnte der hier so? Level up. Das war sehr cool. Ich war gerade übel gespannt. Ich konnte nicht, ich konnte nicht klar reden und klar denken. Ich habe nicht geblickt, wirklich was los war. Ich habe irgendwie, ich habe irgendwie, ähm, irgendeinen Special Effect gehabt und auf einmal konnte ich losstürmen. Keine Ahnung, was das war. Es war auf jeden Fall cool. Schauen wir mal, dass ich zu C komme. Halt, wir sind ja. Wir sind ja orange. Wir sind ja orange. Das ist gut. Das ist gut. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Von oben, von links. Komm, komm. Nein, was macht der da? Das ist schon wieder da. Von oben, von links. Netzwerkverbindung wird hergestellt. Was soll das? Toll, der ist rausgetroppt. Ubisoft. Den fucking ernst. Ich bleib. Nein. Ohne Witz. Kann das sein. Kann das sein. Ständig troppen hier alle raus. Ständig troppen hier alle raus und verlassen das Ding und was weiß ich. Verbindungsabbrüche von den Gegnern im Lauf und im Kampf. Also wenn es später noch so ist. Dann muss ich sagen, krieg dich Ubisoft. Aber sonst, gutes Spiel. Ganz cooles Spiel. Ganz cooles Spiel. Ich habe das Samurai Sam hier überrascht. Hat es den Bot jetzt auch Verbindungsabbruch oder was? Der Bot wurde durch Lirm ersetzt. Bitte Wartensitzung wird konfiguriert. Echt jetzt? Im laufenden Spiel. Im laufenden Spiel. Fuck off. Verbindungsabbrüche und Legs und Penis und Rage. Ne, ohne Witz. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Egal, wir sind orange. Wir sind mit dem Gewinn. Haut ab, haut ab. Was machst du? Lauf doch. Toll. Warum bin ich da mitten rein? Mitten in die Bots. Mitten in die NPCs. In die Mobs. Ich bin tot. Wiederbelebung abgelehnt. Krieg dich. Respawn. Also dieses Match. Dieses Match ist jetzt echt scheiße. Das kann doch nicht sein. Meine Fresse. Jetzt sind die hier zu zweit und schnetzeln uns zu Tote. Fuck off. Das ist unfair. Ich will ganz kurz gucken. Nicht, dass ich hier öfters mal ähm mit alt kann ich Ziele durchscheiden. Nicht, dass ich hier öfters mal Dings drücke versehentlich. Für Sprach-Chat. Brinden gehen, nach links bewegen, Kampf. Äh, ja, ja, ja. Gabe, Rache, Wiederbelebung, Zuschauen, Respawn, Interaktion, Schnell-Chat, Text-Chat, Push-to-Torges, V. Okay, da komm ich nicht drauf. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wisst ihr, ich bin in meinem Team Der einzige, der noch von der ursprünglichen äh links hier da ist. Alle anderen sind weg. So. Den hätten wir erledigt. Jetzt holen wir uns B zurück. Jetzt holen wir uns B zurück. Töte ihre Helden. So. Und raus hier. Und raus hier. Und raus hier. Und den hier erledigen. Fickt euch alle. Fickt euch alle. Und dich mach ich ja auch noch fertig. Aber erstmal zurück. Erstmal zurück. Weil ich bin ja mitten in den Mobs. Mitten in den Mobs. Komm schon. Jawohl. Level up. Noch zwei bis zum Sieg. Der Hackstücke. Oh mein Gott. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ausweichen. Abbruch. 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 Oh mein Gott. Jawohl. Sieg. Ich bin Bluttreinstick. Wollte kommen, dass ich hier rumschreie. Aber wir haben es geschafft. Die Festung ist gefallen. Unser Riesen. Äh. Ne. Wart. Das war den ihrer. Den wir in Brand gesetzt haben. Und zerstört. Blüter und Schlachtfeld. Sehr schön. Was bekommen? Erfüllte Befehle. Was habe ich geschafft? Ich habe was erfüllt. Herrschaftsmeister. Ah. Cool. Das war ein cooles Match. Oh yeah. Yeah. Alles klar. Dann würde ich mal sagen. Schöne Beta. Schöne Beta. Ja. Ja. Es wird bestimmt demnächst mehr von vorne gehen. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber es ist schon spät. Und ich muss morgen früh wieder zack früh raus. Coole und so. Deswegen würde ich sagen. Drei Folgen. Alle guten Dinge sind drei. For Honor. Und wir sehen uns das nächste Mal. Unseren. Könnt's raushauen. Hey. Willkommen. Micheál. Suí ממ�o. Timewas. Zwisch. Danielle. Druid. Wui. Poiss. Tujur. Herrisch. Entsch慣t. Entsch давно.